hallo liebe leute hallo youtube willkommen auf diesem kanal und wie ihr seht starten wir heute eine neue playlist eine neue staffel mit einem unerwarteten ende deswegen wollt ihr euch gerne schon mal ein bisschen vorwarnen das wird nämlich erstens mal die ersten videos werden unter qualität her teilweise ein bisschen dürftig sein die werden nicht so super sein wie ich das späteren aufnahmen machen derselben playlist wird aber später die aufnahme besser also die qualität ich habe allerdings hier diese videos nicht bearbeitet oder nicht großartig bearbeitet bis auf die erste folge die ich übrigens zweimal aufgenommen habe und nachgesprochen habe und die waren nicht so perfekt wie es mir gehofft habe die endqualität ist jetzt auch nicht perfekt aber es ist immer besser als die erste variante da war die musik einfach viel zu laut und man hat kaum verstanden was ich da so erzähle und ja ich dachte ich wollte nur schon mal vorwarn also erstes mal die qualität nicht ganz so überragend wie vielleicht den anderen let's place von mir und zwar tatsächlich mein allererstes projekt meine allerersten aufnahmen und ich habe natürlich in der zwischenzeit ein bisschen dazu gelernt aber es war eben am anfang noch nicht der fall man muss die erste erfahrung sammeln ja und außerdem wollte ja noch mal darauf hinweisen dass eventuell ein paar leute vielleicht vom ende ein bisschen enttäuscht werden ich will lieber euch nicht mehr spaß nehmen es wird es war sehr spaßig es ist super lustig es ist passiert das wird viel action geben es wird sehr sehr viel passieren aber das ende wird wahrscheinlich nicht so ausfallen wie ihr es hofft oder wie ich es mir vorgestellt habe es werden sehr viele sachen passieren und ja ich hoffe ihr habt dann dennoch spaß ich habe mir entschieden diese folge als folge 0 aufzunehmen um das eben kurz vor dem ersten von der ersten regulierte folge das hochzuladen und damit ihr auch mal ein bisschen wenigstens von mir schon mal vorgewandt und nicht dass ihr dann einfach nur auf mich sauer seid oder enttäuscht seid aber das werdet ihr ja dann im laufe der staffel dann erfahren ich danke fürs zuschauen und viel spaß mit dem folgen tata